Zugvögel, so weit das Auge reicht. Riesige Vogelschwärme reisen um die Welt, rund 50 Milliarden jedes Jahr. Störche, Kraniche oder Wildgänse bilden große Reisegesellschaften, die in langen Reihen oder Schwarmformationen fliegen. Aus einem Grund. Wer weit kommen und sicher ankommen will, zählt auf die Unterstützung anderer. Genauso reisen Millionen Menschen um die Welt. Und wer weit kommen und sicher ankommen will, der soll auf unsere Unterstützung zählen können. Auf die Begleitung der Care Concept AG, während aller Phasen einer Reise. Das ist unser Ansporn. Es gilt, die Bedürfnisse unserer Kunden zu kennen und ständig vor Augen zu haben. So, als ob wir persönlich mitfliegen würden. So wollen wir weltweit die Marke für fairen Krankenversicherungsschutz im Ausland sein. Das ist unsere Vision. Zugvögel orientieren sich an der Sonne, dem Mond und dem Magnetfeld der Erde. Genauso geben unsere Werte uns Orientierung. Zuverlässigkeit, Sicherheit und Vertrauen erweisen sich als äußerst tragfähig, um Kunden auf ihrem Weg erfolgreich zu begleiten. Die Gemeinschaft der Zugvögel erreicht im Schwarm weit mehr, als ein Vogel allein zu leisten imstande wäre. Auch die Mitarbeiter der Care Concept AG sind eine familiäre Gemeinschaft, die ihr volles Potenzial im Miteinander entfaltet und einen liebevollen Umgang pflegt. Jeder einzelne setzt sich für den anderen ein. Wie im Schwarm, der sein Ziel nicht verfehlt, sondern präzise und punktgenau am Bestimmungsort ankommt. So ist auch unser Service. Exzellent und auf den Punkt. Mit Produkten, die Maßstäbe setzen und die wir immer wieder, immer weiter zu verbessern suchen. Was man auch bei Zugvögeln beobachten kann, die Schwächsten bekommen die größte Unterstützung auf der langen Reise. Genau so wollen wir als Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen und uns weltweit für hilfsbedürftige Menschen einsetzen. Auf diese Weise vereinen wir die Interessen unserer Kunden, Kollegen, Geschäftspartner und Aktionäre. Und damit können wir es weit bringen. Sehr weit. Care Concept AG. We take care of you. dass man sich auch am besten perpendicular tun kann,